Der Riesenbärenklau ist eine beeindruckende Erscheinung. Innerhalb weniger Wochen erreicht er eine Wuchshöhe bis zu 5 Metern. Seine mächtigen Blütenstände produzieren bis zu 50.000 Samen pro Pflanze. Aufgrund seiner Größe wird er auch Herkulesstaude genannt. Für sein Umfeld ist der Bärenklau eine Zumutung. Er nimmt anderen Pflanzen Licht und Raum. Schlimmer noch, in Verbindung mit Sonnenlicht verursacht sein wehrhafter Pflanzensaft bei Menschen und Tieren bei Berührung schmerzende Verbrennungen. Ursprünglich im Kaukasus beheimatet, brachte der Mensch ihn vor ungefähr 200 Jahren nach Mitteleuropa. Er ist also eine relativ neue Pflanze in unserer Region, ein Neophyt. Was sind Neophyten? Neophyten sind Pflanzen, die sich nicht von alleine bis in unsere Regionen ausbreiten könnten. Ihr Ursprungsgebiet ist von unüberwindlichen natürlichen Hindernissen begrenzt, wie Gebirgen, Wüsten oder Ozeanen. Mit der Entdeckung Amerikas 1492 begann die Zeit des extrem verstärkten Verkehrs und Handels rund um die Welt. Dabei werden von Menschen Pflanzen und Samen von einer Region in die andere transportiert. Deshalb wurde dieses Jahr auch als Stichtag für die Neupflanzen festgelegt. Alle Pflanzen, die seitdem von Menschen in neue Gebiete gebracht werden, bezeichnet man als Neophyten. Die meisten Neophyten wurden absichtlich eingeführt. Als Zierpflanzen im Garten, weil sie so schön sind, als Forst- und Parkbaum oder als Bienenweide. Über Samen und Ausläufer, Gartenabfälle und Erdtransporte konnten sie sich dann weiter ausbreiten. Beliebte Zierpflanzen sind die vierblättrige Lupine und die kanadische Goldrute. Die Roteiche ist als Forstbaum wegen ihres schnellen Wachstums beliebt. Riesenbärenklau und rüsiges Springkraut sind ergiebige Bienenweiden. Einige Neophyten wurden auch unabsichtlich eingeschleppt, als blinde Passagiere im Gütertransport auf Straßen, mit Schiffen und auf Schienen, deshalb sie in der Nähe von Transportwegen besonders häufig zu finden sind. Das orientalische Zackenschötchen und die beifußblättrige Ambrosie kamen mit verunreinigten Samen nach Deutschland. Das schmalblättrige Greiskraut haftete an Schafswolle, die in Eisenbahnwaggons transportiert wurde. Die allermeisten Neophyten sind unproblematisch. Sie fühlen sich auf Dauer hier nicht wohl und verschwinden wieder. Oder sie bleiben genau dort, wo sie auch gepflanzt wurden. Oder sie fügen sich in vorhandene Ökosysteme bisher problemlos ein. Aber einige von ihnen breiten sich stark aus und haben unerwünschte Auswirkungen auf heimische Arten und Biotope. Sie bezeichnet man als invasive Neophyten. Diese invasiven Arten sind oft konkurrenzstärker als heimische. Die Menschen haben zwar die Pflanzen hergeholt, oftmals aber nicht ihre Fressfeinde. Ohne oder mit wenig Fressfeinden können sie größer werden und mehr Kraft in ihre Vermehrung stecken. Der Staudenknöterich zum Beispiel hat kaum Feinde und wächst am Tag bis zu 30 cm. Damit nimmt er allen anderen Pflanzen das Licht und den Platz zum Wachsen. Viele invasiven Neophyten haben aufgrund ihrer Stärke und Wuchskraft auch wirtschaftliche Auswirkungen. Staudenknöteriche beispielsweise können Gebäudeschäden und Erosionen von Ufern verursachen. Die Wasserpestarten bilden so dichte Teppiche in Flüssen und Seen, dass sie zu Behinderungen des Wassertourismus und der Fischereiwirtschaft führen können. Manche Neophyten haben auch gesundheitliche Auswirkungen. Nicht nur der Riesenbärenklau, der Verbrennungen verursacht, sondern auch die beifußblättrige Ambrosie. Sie löst Allergien und Asthma aus und blüht später als andere Pflanzen, wodurch sich die Heuschnupfenzeit für viele Allergiker bis in den Spätherbst hinzieht. Die meisten Neophyten machen lange Zeit gar keine Probleme. Viele werden auch nie auffällig und es wäre falsch, alle neuen Pflanzen unter Generalverdacht zu stellen. Doch nach einer gewissen Zeit, die bei jeder Art unterschiedlich lang ist, kann sich eine Art auf einmal explosionsartig ausbreiten. Dann kann sie Probleme verursachen. Ab diesem Zeitpunkt ist es oftmals schon sehr mühsam, sie wieder zurückzudrängen. Das Nadelkraut wächst zum Beispiel zur Zeit nur in Aquarien. Von der gelben Scheinkaller gibt es bereits einzelne wild lebende Exemplare. Der Sommerflieder breitet sich langsam aus. Beim japanischen Staudenknöterich lässt sich gegenwärtig eine exponentielle Ausbreitung feststellen. Und die kanadische Goldroute hat bereits alle potenziellen Standorte besiedelt. Hier ist ein Zurückdrängen so gut wie unmöglich. Das Bundesamt für Naturschutz erstellte eine Liste invasiver und potenziell invasiver Neophyten. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es zwar verboten, die Pflanzen in der freien Natur auszusetzen, aber jeder darf sie in seinem Garten halten. Von dort aus breiten sie sich weiter aus. Damit die Chance besteht, auf extreme Ausbreitungen von Neophyten rechtzeitig zu reagieren, müssen deren Bestände beobachtet und bewertet werden. Die Fundstellen müssen erfasst und dokumentiert werden, damit gegebenenfalls effektive Maßnahmen ergriffen werden können. Wir als Corina beim UFO e.V. kartieren daher invasive Neophyten in Schutzgebieten und beobachten deren Ausbreitung. Weil wir das allein gar nicht schaffen, brauchen wir die Hilfe der Leute vor Ort. Außerdem werben wir dafür, dass invasive Neophyten nicht mehr gepflanzt werden und auch mit bisher nicht invasiven Neophyten vorsichtig umgegangen wird. Unsere Internetseite von Corina bietet alles Wissenswerte über Neophyten und deren Verbreitung. Mit der Corina App für Mobilgeräte kann jeder Neophyten-Forscher werden und mit seinen Fundmeldungen zum Wissen über diese interessanten Pflanzen beitragen. Genau so, wie wir Menschen dafür verantwortlich sind, dass in natürlichen Prozesse eingegriffen wurde, indem wir die neuen Pflanzen hierher brachten, müssen wir nun auch Verantwortung dafür übernehmen, bedrohte Arten und Lebensräume vor den invasiven Neophyten zu schützen. Dafür brauchen wir Eure Hilfe.